These two worlds are connected like a pair of twins for one to survive, the other must be sacrificed. Huersprünge, SRO-Labor, Zeit 17.40 Uhr und 30 Sekunden. Shelia, hast du nichts gefunden? Nur eine spezielle ID-Karte. Nichts anderes, das ich sehen kann. Begelebt, ich bin auf meinem Weg. Bleib in touch. Ist jemand stabil? Ich muss schnell aufhören und den Teleporter stoppen. Ja, und das machen wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen, wie gesagt. Das Spiel heißt Bright Memory und ich sagte ja gerade zu einem kleinen Let's Play. Das liegt einfach daran, dass ich gelesen habe, dass die Spielzeit nicht sonderlich lang sein soll. Aber wir schauen mal, wie es sich so entwickelt. Ähm, ich hab's gesehen, gedacht, du musst dir das doch mal ansehen und deswegen gucken wir uns das doch einfach mal gemeinsam an. So, also, wir müssen uns beeilen. Wir gehen hier tapfer voran. Hier ist zu. Keine Befugnis. ID konnte nicht verifiziert werden. Ich muss da aber rein. Ich glaub, da hinten steht Hacken. Shelia, ein unidentifiedes Unit ist heading towards the Laboratory. Das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Oh. Gar keine Zwischensequenz. Okay. Nein, ich bin nicht okay. Na komm schon. Okay, ich glaube, das war der letzte. Ich soll den Teleporter anhalten. Das mach ich. Soweit ich mich umgesehen habe. Genau, wir haben keine Zeit mehr. Wir gehen. Und hier ist der Computer. Okay, ich scheiß nie noch aus. Long time no see, Shelia. Carter, why are you... I advise you to stay out of this matter. Wick was as stubborn as you are. What the hell happened here? Ah! Bright Memory von FYQD Studio Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Okay, wir haben einen Ladewittschirm. Ist zumindest ein wirklich phänomenaler Anfang. Ja, für so ein... Ja, ich sag jetzt mal... Ich weiß gar nicht, wie teuer das Spiel ist. Kostet das überhaupt was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab das schon lange auf der Platte und wollte es immer mal spielen und bin nie dazu gekommen. Obwohl es ja, wie gesagt, eine kurze Spielzeit haben soll. Na, schauen wir mal. Ein ungelahner Gast. Unbekanntes Gebiet. Zeit 18.05 Uhr. Und wieder 30 Sekunden. Das sieht cool aus. Das sieht wirklich gar nicht mal schlecht aus. Können wir das fliegende Island, die am Nordpol befinden? Okay. Die zwei Waffe wechseln mit zwei. Okay. Eins ist die Waffe, zwei ist die Waffe, drei ist die Waffe, vier haben wir nicht. Ich... Ich kenn mich doch aus. Ich hab doch schon mal Shooter gespielt. Okay. Fliegende Insel über dem Nordpol. Ich hab zwei Sachen übrigens ausgeschaltet. Einmal die Bewegungsunschärfe und die Zielunschärfe, also die Distanzunschärfe hab ich auch ausgeschaltet. So, ähm, nur mal so als Info. Ansonsten sind wir... ...auf Maximum Details. Ja, was ist denn das hier? Ja, das auch. Aber was ist das da hinten? Äh. Ich nehm mal die andere Waffe. Ja, die schießt besser. Okay, ähm, Loot gibt's hier nicht, glaub ich. Und die Gegner... Was ist denn das? Ein rustiger Kupferkrug. Interessant. Ich hab ein Objekt gefunden. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass es hier Collectibles gibt, aber okay. Dann nehmen wir noch was mit. So, Bretter mit dem Lichtschwert zerstören. Ich kenn das aber aus einem anderen Franchise ganz anders. Naja, was soll's. Ja, Hallöchen. Was bist du denn? Ich bin ein süßes Viech. Ähm, ist tot. Oh. Da kann das mal... Was? F. F und E. Okay. Was? Drücke... Drücke nach... Was? Äh? Ich hab die Skulptur hier gar nicht verstanden. D und Shift, das kriegen wir doch nicht hin. A und Shift. Okay. Ich verstehe. Ich hab keine Ahnung, was das für Viecher sind. Aber sie sehen komisch aus. So. Äh, da kommen mehr. Ai, meine Freunde. Sag mal. Ich schieße doch hier gar nicht. Ich hab grad die Kasse nicht im Trotz gedrückt und trotzdem schoss er. Ich weiß leider nicht. Ich weiß gerade nicht, ehrlich gesagt, wo ich sehe, wie meine Lebensenergie ist. Aua. Ich glaub, in Feuer sollte ich nicht ran. Okay. So, reicht das? Na klar. Erst irgendwie die komischen Dämonen, jetzt Drachen. Wo sind wir hier? Ich muss es so fragen, wo sind wir hier? Warum fällt hier alles auseinander? Ähm. Okay. Ah, Tomb Raider lässt grüßen. Moment, einmal hier rüber. Aha. So, die Tastaturbelegung ist leider übrigens nicht frei einstellbar, muss ich dazu sagen. Das ist cool. Ich hab nicht gedacht, dass so viel hier drin ist. Okay. Eine gute Frage. Ui, guck mal. Wir haben sogar ein Fertigkeitensystem. Okay, was haben wir? Wir hätten Zusatzfunktionen Vollabwehr. Nicht genügend Erfahrungspunkte. Wie viel haben wir? 66 haben wir, 60 haben wir. Also, freischalten, hier die passive Fähigkeit, Taste drücken, erhöhte Sprintgeschwindigkeit, auch nicht schlecht. Das können wir uns alles nicht leisten. Was haben wir hier? Das ist alles freigeschaltet. Okay, also, es wirkt ein bisschen wie so eine halbe Demo, sag ich mal. Aber, wir nehmen das mal hin. Okay. Hm? Äh, hallo? C kriechen. Okay, jetzt hat er es angenommen. Okay, so. Was? Weiter springen, Space beim Springen. Ich habe ein bisschen so Flashback, so a la, a la, ähm, Doom, ne? Nur nicht so dunkel und bräunlich, oder? Oh, shit, ein Ambush! aber es sind Arena-Kämpfe, definitiv. Aber es sind Arena-Kämpfe, definitiv. okay, nu, nehmen wir noch den. Was kommt denn nun? Das ist cool, hier das Lichtschwert. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind, aber, anscheinend, kommen die immer gerne wieder. Und nun? Das ist eine gute Frage. Hier leuchtet was. Äh, Batman? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was dreht sich hier? Ach, hier dreht sich nur der mittlere und hier dreht sich innen und außen. Wenn das Außending da ist, dann leuchtet. Ich gehe mal runter von der Plattform, wenn es leuchtet. So. Okay, das ist das eine. Muss das hier, denke ich, irgendwo gedreht werden? Ich habe keine Ahnung, ich habe ja keine, ja, jetzt leuchten alle drei. Okay. Ähm, wir haben eine neue Fähigkeit, aber wir haben nicht genug XP. Okay. Verdammt. Gut, äh, kann ich jetzt leider noch nicht verwenden. Ah, verdammt. Echt. Gut. So, wir kommen auf jeden Fall raus und gehen mal den Marker lang. Ne, also so ein bisschen. Die war schon die ganze An- äh, die ganze Zeit an. Äh, äh, schön brav in Ruhe, meine Kleine. Gut, ich muss mich doch ducken. Ich geh vorbei. Da war eben eine Leiche, ich geh mal vorbei. So. Okay. Was haben wir hier? Ich frag mich immer noch, wo wir sind. Ich versuch's. Okay. So. Ach, Wurfhaken. Äh, ich wurde grad mit Anlauf, aber hier brauchen wir nur den Wurfhaken. Ich seh nix. Meine Freunde, ich seh nix. Ich seh nix. Versuch's mal mit Ausweichen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade nix mehr gesehen. Okay, wir sind einmal gestorben. Was war denn das? Wie ist denn da der richtige Weg? Und vor allem, wo lande ich jetzt? Das ist die nächste Frage. Ich bin gespannt. Ähm, ich hab nur ein Standbild. Jetzt geht's weiter. Okay. So, komm drüber. Ja, ich muss mal kurz ein bisschen. So, kommen sie mit. Ich muss mal kurz. Okay, einmal Durchschnittsinn. Das nu. Was ist das? Das Viech ist nicht freundlich, sagt sie gerade. Das hätte ich niemals geglaubt. Das ist vor allem sehr, sehr stabil. Hat natürlich coole Musik. Öh, rennen. Okay. Der schon mal ein bisschen zur Seite. Zack, 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 zack. Los. Aua, mit allem rauf, was du hast, Mädchen? Okay, war's das? Ich hoffe. Diese Cave ist about to collapse. Ich muss einen Weg raus finden. Ja, raus wäre eine gute Idee. Muss ich hier was einsammeln? Ui, ich kann was einsammeln. Okay, neue Fähigkeiten erlernbar. Gucken wir uns mal an, was können wir denn lernen? Äh, nicht wirklich, ne? Hier steht ja immer XP brauche ich. Ich hab nicht genug XP. Aber ich, äh, soll hier was, äh, freigeschaltet haben. Ich nehm das mal so hin. Alles gut. So, die Höhle stürzt ein. Wo muss ich hin? So. Äh. Ich mach das, was im Tutank steht. Immer diese überraschenden Gegner, die einfach irgendwo auftauchen. Ja, sind sie tot, Kollege? Sie sehen tot aus. Was ist denn das? Einmal rum. Der Teleporter ist noch an. Aha, der Teleporter ist noch an. Sagen sie das doch gleich, dass der noch an ist. Okay. Ich muss sagen, vom Handling und allem, das ist gar nicht schlecht gemacht, das Spiel. Okay. Ich zieh mich mal ganz kurz taktisch zurück, damit ich ne Übersicht habe, wo ich hier bin. so. Das war's. Alle Gegner sind weg. Alles ist gesäubert. Lasst mich durch. Das Schwert in der Flamme. Nicht im Stein, in der Flamme. Deswegen lass ich sie mal in Ruhe. Wir sind zu schwer. Das Ganze hier hält uns nicht aus. So. Newton Tag. Hi. Okay. Eine Jade-Statue. Sehr schön. Nimm mich auch mit. Warum auch nicht? Was ist denn jetzt los? Aber warum? Gute Frage. Und was muss ich machen? Das war's nicht. Ähm. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. ungültiges Ziel. Hm. Ja. Gut. Ach, da ist. Ich guck gerade und seh den Hebel vor lauter Licht nicht mehr. Wir legen mal den Hebel um. Okay. So. Wir kommen aber damit weiter. Oh. Hoffe ich. Ja. Und was ist das? Ist das was Gutes? Richtig, Herr Doktor. Na und ich erst. Guten Tag. Haben Sie was zu berichten? Sie sitzen hier ja ziemlich komisch rum. Mitten im Feuer. Ja. Äh. Lassen Sie das Schwert ruhig liegen. Ich will Ihnen nichts tun. Mhm. Äh. Hallo? Es ist so, dass meine Schäden nicht ihre Arme verbrechen können. Doch, doch. Nach Anzeige geht das. Was? Ich. Der war doch nicht bei mir dran. Was war denn das? Okay. Abstand halten. Schön Abstand halten. Und... mit einem schießen, was wir haben. Am besten wirklich mit Kugeln. Auch wenn sie sagten gerade, dass die Kugeln nicht durchdringen. Aber der Lebensbalken nahm ab. Ich hoffe nicht, dass der drei Phasen hat. Er hat nämlich drei Balken im Lebensbalken. So, das war ja auch nicht bei mir. So, wir werden den Kugeln kriegen. So, wir werden den Kugeln kriegen. Immer schon rückwärts laufen, ein bisschen wegdäschen. Sag mal, das ist jetzt aber ein Scherz, oder? Ich wollte doch hier... Okay, also ich bleib auf ihm. Okay. Ich muss ein bisschen drauf achten. Ey, ich komm nicht weg. Was ist denn das hier? Ich hing. Ich konnte gerade Tasten drücken, das passiert gar nichts mehr. Was war denn das? Sah so gut aus. So gut gerade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020